Ich lasse jetzt erst mal mit Ihrem Strickzeug hier ganz alleine. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können bei uns anrufen unter 01802 15 15 18 und Ihre Fragen stellen. Moment, jetzt habe ich hier, gucken Sie sich das mal an, einen Faden gezogen. So geht das schon mal los. So, na das ist ja ein Start in die Woche, liebe Zuschauer. Das ist wie, wie, wie alt. So hast du dich verstrickt. So kann ja die Woche nur noch besser werden. Dankeschön erst mal. Also ich war dabei, dass Sie anrufen können, Ihre Fragen stellen unter 01802 15 15 18 an Andrea-Kathrin Löwig. 16 Uhr ist sie dann unser Gast zum Café. Und bis dahin haben wir diese Themen für Sie.